Kram und Partner Versicherungsbüro, Michael Schneider am Apparat, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Natürlich ist das eine risikofreie Geldanlage. Dürfte ich Sie wieder an uns in Spezialisten weiter verbinden, Herrn Thoma? Gar kein Problem. Hi Mama, ich bin's. Hey Ma. Dresst du mich überhaupt zu? Hey, grüß dich. Na, wie war's bei dir heute? Ach ja, wenn ihr schon mal da seid. Das kräft sich ziemlich gut. Wir müssten dann auch was wegen unserem Bartplan besprechen. Ach, wegen dem Bartplan. Ist das nicht scheiße, wenn man zusammen wohnt? Hans Warnpeter! Sag mal, was läuft da jetzt eigentlich zwischen dir und ich? Du, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Sportstudenten und diesem Simon? Träffst du dich noch mit dem? Sie ist eine sehr gute Frau. Eine sehr gute Person. Eine sehr gute Person. Und ich? Ich muss mit dem, damit ich mit ihr sein kann. Entschuldige? Hey Schneider, ich hab gehört, du musst zum Chef. Herr Schneider, wir müssen über Ihre Arbeitsleistung in der letzten Woche reden. Herr Schneider, Herzblut. Herzblut ist das, was wir brauchen. Und Leidenschaften. Was? Was erzählen Sie mir eigentlich von Leidenschaften, Herr Kramer? Jetzt mal ehrlich. Sie sitzen leidenschaftlich in Ihrem Bürostuhl seit 20 Jahren und verkaufen irgendwelche Versicherungen. Wo ist der Verklarsteller? Scheiße! Was ist denn los mit dir, sag mal? Schneider? Hey Michi, du altes Haus, was geht ab, Mann? Leck mich, Kerber, und ruf ihn nie wieder an, okay? Ja, klar. Toll verhält er sich im Moment nicht. Sag mal, was redest du denn da überhaupt? Was soll ich das auf tun mit dir? Mach doch mal den Punkt, Michi!